Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde COD4. Wir spielen mit der APD und ACOG, gewünscht von Niko der Lollige oder Niko Lollig. Er springt nicht drüber. Mit Schultergürtel, Doppelfeuer und Patronendurchdringung. Auf der Map Pipeline. Ich weiß gar nicht, haben wir Pipeline jemals in der Aufnahme gespielt? Ich glaube nämlich nicht, aber ich bin mir nicht hier. Pipeline ist eigentlich eine ganz coole Map. Wird selten gespielt irgendwie. Aber ist so ganz cool. Die APD ist auch eine ganz coole Waffe. Wir hatten sie, glaube ich, schon mal. Fuck you, Camper. Das ist mein Campspot. Und ich drücke öfters mal Q, um Leute zu spotten, was in diesem Spiel gar nicht geht. Was ich vielleicht mal hätte früher merken sollen. Aber egal. Hat Spaß. Hey, wir haben einen Helim. Das ist cool. Jupp. Nicht mit mir, Kleiner. Und ich hab verpasst, mein Heli zu... Doof. Doof, doof, doof. Ähm, aber egal. Soll uns nicht weiter stören. Verdammt. Ähm, APD ist ziemliches Biest. Äh, kleines Problem mit ihr ist... Wohl, ähm, dass sie nicht so gut zu kontrollieren ist. Was nicht weiter schlimm ist. Holy shit, das war ein Leck, man. Aber übelst der Sorte. Während ich gerade angeschrieben werde. Ähm... Ich hoffe, es artet jetzt nicht in ein Gespern hier aus mit den Benachrichtigungen. Wir schauen mal hier oben hin. Hier ist ein beliebter Campspot für Sniper. Da eigentlich nicht. Aber was soll's. Hier nehmen wir auch mit. Ähm... Hallo, Jungs. Zack. Ähm... Oh, ist schon lustig, oder? Hier so die Pose. Die kenn ich noch gar nicht eigentlich. Aber es kommt auch davon, dass ich, äh, Pipeline so gut wie noch nie... viel gespielt habe, also... Pipeline ist nicht gerade eine der Maps, die ich dauerhaft gespielt habe, damals als... COD-4 noch... ganz neu auf dem Markt war, während ich nichts treffe gerade. Ups, kein Schaltbritter. Die Nachladezeit der RPD ist ein bisschen hart. Darum kurz auf das... auf meine Second Devil gewechselt. Aber, ähm... wir sind noch am Leben. Und haben eine 15er. Ähm... Der Heli... Ich wollte gerade sagen, der Heli macht mir ein bisschen Angst. Der könnte mir gefährlich werden. Und so ist es auch. Schade. Es war ein cooler Run, ne, Mann. Das muss man sagen. Es war ein richtig cooler Run. Ähm... Ach ja, genau. Hier gab's der Tunnel. Die Tunnel kenn ich. Noch ein bisschen. Ähm... Ein Tunnel ist hier unten drunter. Irgendwo. Da. Da ist er. Hier kann man rein. Und es gab mal einen Bug. Glitch. Eher Glitch. Dass man hier hinter das Ding kann. Und man so gut wie nicht sichtbar war. Schlecht platziert. Ähm... Ansonsten... Ansonsten... Yo, what's up? Äh... Sind die Tunnel so eine kleine Todesfalle? Tut mir leid, Jungs. Es ist ein Tunnel. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ihr springt, springt nicht viel. Ähm... War eine relativ schnelle Runde. Ich bedanke mich trotzdem für das Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!